Nach der Runde ist ein Runde Rentschleramt. Und das ist ein Bittermuss mitzupferd. Gute Freunde, ich gratuliere euch, dass es bereit gekommen zu sein wird. Die Portfolio John könnte tatsächlich verbessern. Naja, wir schreiben uns das jetzt. Zwei! Hm-mm-mm. Oh, je, ja, 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 ja. Ich glaube, ich habe eine Chance, um uns zu fliegen. Reiheste gegen Dorn in der Suche hier rein. Braucht ihr mehr vor, als die Wahl, und diese Lastenskunde, und das ist ein Geflüchtling, und das ist ein Geflüchtling. Wohl, 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 wohl. Wohl, 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 wohl. Ja, das ist ein Gew micron. Pizza, ja. Es ist eine Pizza, Agi. Also, Kass, Tomaten und Zwiebeln, oder? Aber es ist eine Wohl-Flins-T日本-Jour. Bereit? So, ich bin unten. So, ich gewummel in Dorg jetzt einmal. Tomaten einmal! Tomaten im All? Tomaten Dorg, Kass und Krisch. make natürliche ich noch in den Pfirken? Was macht was für Pizza? Das ist echt schlecht. Jetzt wird grad der Druck viel zu groß auf mich. Ich hab mir gedacht, ich meld noch. Ja, willkommen in Hans Kitchen. Hans Kitchen? Das ist immer so schlimm wie Hans Kitsch. Ich weiß nicht, ich hab Pizzatasten. So, dass wir die Zutaten ungeschmissen. Wir wissen auch nicht, dass er das sagt. Einer sagt uns, was auf der Pizza noch wird. So, ich hol den Teig. Du hast Teig gepasst. Teig, Tomaten, Käse, Salami. Käse, Salami. Der wird Salami. Nice, Alter. Holy fuck! Zutaten zu Goldwein. Storgenmotten. Teig. Du weißt zwar noch nicht, ob die Tomaten braucht. Sicher. Ich glaub, Tomaten hab ich noch mehr drauf. Aus Hausnecker? Pizza rausgegeben, Pizza rausgegeben. Das war noch so Latte. Pizza im Machen. Teig, Tomaten, Käse. Teig, Tomaten, Käse. Tomaten brauchst du noch. Nehm's. Eine noch. Ah, fucking Shit. Döller kommt. Döller, Döller, Döller. Pizza rausgegeben. Teig, Tomaten, Käse. Käse brauchst du noch. Machen. Das müsst ihr die Pizza runternehmen vom Arbeitsplatz. Geht, nimm die Pizza jetzt. Nehm's runter, nehm's runter, nehm's runter. Wo ist der Käse? Teig, Tomaten, Käse, Schwammerl. Warte, lass mich rauschen. Teig fertig, Tomaten, Käse, Schwammerl. Machen wir zum Tragen. Tasse rausgegeben. Pizza ist fertig. Brot und Tasse. Földnager bei der Pizza. Ja, bei der Karte. Pizza in den Ofen. Teig, Tomaten, Käse, Schwammerl. Ich glaub, du hast das jetzt als zweiter, das ist wieder schneller rauschen, ne? Tomaten und Schwammerl. Öl erraschen. Mach ich, mach ich, mach ich. Fucking hell, sorry. Einen in den Ofen. Teig, Tomaten, Käse. Tomaten, Käse. Tomaten nur. Jetzt kannst du noch nichts machen. Jetzt kannst du noch nichts machen. Jetzt kannst du Pizza aussehen. Pizza, Pizza aussehen, bitte. Lass die Pizza in den Ofen. Lass die Pizza in den Ofen. Teig, Tomaten, Käse, Salame. Salame haben wir. Lass den Teig auf die Salame. Teig ist fertig. Tomaten. Käse. Jawohl, danke. Pizze ist fertig. Pizze ist fertig. Steckst du mir das Tricky Trigger her. Pizze ist fertig. Was brauchen wir für Tomaten? Teig, Tomaten, Käse, Salame. Pizze ist fertig. Was ist mit dem Schwammel da? Pizze ist fertig. Pizze ist fertig. Pizze ist fertig. Pizze ist fertig. Teig, Tomaten, Käse, Salame. Pizze ist fertig. Pizze ist fertig. Pizze ist fertig. Pizze ist fertig. Teig, Tomaten, Käse, Schwammel. Pizze ist fertig. Pizze ist fertig. Käse, Käse. Sorry. Sorry, sorry. Fuck you! Dreckiges Töller weg, Bietze in den Ofen. Bietze in den Ofen? Teig, Tomaten, Käse, Salate. Immer schon, immer schon. Immer schon. Ich hab zwei Teige am Montag bestellt. Tomaten, Käse, Schwammauch. Äh, Salami, Entschuldigung. Ich hab keine Schwammauch. Salami, wie? Salami, Salami. Dreckiges Töller. Was anderes mit Schwammauch? Einen in den Ofen. Ah ja, eine mit... Das ist schon fertig. Teig, Tomaten, Käse. Tomaten, Käse, Tomaten. Wer hat da das Schwammauch auf dem Teig auf dem Eis? Was ist das? Nein, das passt nicht. Nein, das passt nicht. Nein, die eine ist falsch. Die eine ist falsch. Die eine Pizze ist falsch. Und die ich hab nichts weitergemacht. Ah, das ist richtig. Teig, Tomaten, diese... Die wollen wir an der Eingang. Teig, Tomaten. Na, okay. Scheiße. Ich hab was recht für zwei Teig. Ich hab was recht für zwei Teig. Ich hab was recht für zwei Teig. Na, Schatz. Oh, klar. Das war die letzte Pizze, die geführt hat. Schade. Und die hat da eine Schwammauch auf dem Teig da. Ja, irgendwer hat Schwammauch auf dem Teig. Die, 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 die... Fuck you! Machst du das eigentlich absichtlich, dass du immer so die aus der Kamera ausgeladenst, Hara? Wer? Du! Ich bin ja nicht böse. Ja, eben deswegen! Ja, weil es möglich ist! Der Max ist heute von der Sonneboi abwachsen. Heute bin 6 Stunden in der Son gestanden. Er vor einem Sonnenbrand. Oh! Ich trainiere meinen P-Tex. 6 Stunden! Heute gibt's auch das Kitschel. Du bist der Kölner! Ah! Das ist sicher so schwach. Ich find's so geil. Jetzt wissen wir nicht, wie wir es sind. Was? Okay, ich bin recht. Ich bin recht. Dreimal Schwammauch. Einen Scheiß hat sie behindert. Dreimal Schwammauch. Ich bin rechts unten. Da rechts unten. 9000 Dollar. Ich mach's dreimal Schwammauch. Warte mal, da sind du... Da unten! Hey, wir scouten jetzt noch mal, okay? Da sind Tomaten. Unten, links, links und drüben. Drei Tomaten und dreimal Schwammauch. Zuerst die dreimal Schwammauch. Wo links sind sie? Wo sind die Schwammauch? Wo links? Ja, die Schwammauch. Da rechts unten sind die Schwammauch und ich. Da ist nur ein Schneidbierl. Geh weg von dem Schneidbierl! Nein, wo ist das unten? Lerl, willst du mich verarschen? Warum macht alles allein? Sorry, ich sag's sorry. Willst du mich verarschen? Sorry! Zwiebel! Zwiebel! Wo sind meine Döler? Jetzt hört drauf, dass wir immer mehr Tomaten hier haben. Leute! Aua! Wo sind die Schwammauch? Wo sind die Döler? Da sind keine Döler! Da sind keine Döler! Ich hab die ganze Zeit angewaschen. Wo kann einem das da unten sein? Wo sind die Döler? Wo sind die Döler? Die Döler! Die Döler! Nein, das geht nicht! Ossi! Jawoll! Nein! Nein! Das kann ich nicht. Ich bin der Krantiker längst oben. Nein! Achso! Zwölfeln! Zwölfeln sind längst! Ich habe die zweite! Nein! Das schreibt nur drüber! Längst unten machen wir's! Oh! 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 Sehr heiß! Das reicht nicht! Hier haben sie drüber! Hier haben wir einen Schwammauch! Da haben wir einen Schwammauch! Richtig! Fack! Fack! Der Hund ist einer! Du nimm nicht da einmal schnell die Brille! Zwölfeln fertig, Hans! Ich habe den letzten! Ich habe das letzte Schwammauch! Ah, hab ich! Der Martin ist das nächste! Ich hau die Zwölfeln! Ich mach die Süppeln dafür! Oh, sieh, sieh! Wenn der Hund nicht gekocht ist... Das funktioniert nicht! Die Martin haben wir alle! Bis rechts! Der Martin hat mich links gebrochen! Haben wir alle die Martin sehr gerne! Ja! Zwölfeln, Zwölfeln, Zwölfeln! Fack! Ich bin den letzten Zwölfeln! Ich bin den letzten Zwölfeln! Zwölfeln! Zwölfeln von rechts! Die Martin zur Atmosphäre! Das ist das Schein! Du musst jetzt zelebrieren! Du bist ja draußen! Der Martin fluckt den Kuchen! Das ist ja scheiße! Der Martin fluckt den Kuchen! Der Martin fluckt den Kuchen! Ich bin schon dabei an meiner! Nein, nein! Hör, jetzt siehst du mal, wie das ist, Der Martin fluckt den Kuchen aus! Wir wollen doch alle! Da steht noch fertig mit der Tomaten! So! Tomaten fertig! Ah, nein! Schwammerl, Schwammerl, Schwammerl! Hier bin ich fertig! Alle Schwammerl fertig! Alle Schwammerl fertig! Da steht gleich neben der Tomaten-Suchen! Die Skuchen aus! Ah, nein! Ich mach's schon! Ich mach's schon! Nur Schwammerl-Suchen! So! Ich mach's Schwammerl-Suchen! Passt! Einmal Schwammerl! Einmal, zweimal! Nichts brauchen, oder? Nichts brauchen! Ich wüslichtle! Hm! Passt! Es ist vielfält, als nächstes hier habt's schon eine Schwammerl-Geschminde! Ja, ein Zwiebel ist geschnitten. Was ist denn? Ich hab die Stunde. Was tust du? Warte, jetzt können wir zusammenlanden. Jetzt sind wir da stehen, hallo. Jetzt sind wir fertig. Zwiebeln kochen wir oben. Zwiebeln haben wir alle. Zwiebeln drin. Zwiebeln. Tomaten, drei. Wir haben zwei Tomaten. Nur Tomaten. Tomaten oben enden. Tomaten oben enden. Ich hab mich gecharged. Es funktioniert nicht. Die Tomaten brauchen wir nicht. Halt einen rein. Ich hab einen. Schwammerl-Suppen. Schwammerl-Suppen fertig. Ola. So, jetzt das erste. Ich hab Schwammerl-Suppen. Lass einmal. Kleine Schwammerl-Suppen. Ja, das ist auch super. Ich hab alle, wo sie es gemacht haben. Ihr braucht zwei Zwiebeln. Zwei Zwiebeln. Zwei Zwiebeln. Zwei Zwiebeln. So, der ist ein kleinerer Mensch. Tomaten oben. Muggi. Zwei Zwiebeln. Zwei Zwiebeln. Ich mach's vier. Schwammerl. Zwei Zwiebeln. Zwei Zwiebeln. Zwei Zwiebeln. Fütter. Zwei Zwiebeln. Zwei Zwiebeln. Zwei Zwiebeln. Zwei Zwiebeln. Zwei Zwiebeln. Köpern. Das ist ja der beste Mohamedge. Wenn man hiere fehlt. Zwei Zwiebeln hat Schwammerl-Suppen. Die Pfeifeare sieht App Health. four Zwiebeln. Die Flüge ist oben! Jetzt aus dem Weg! Ja! Ja, wo ich warst war! 3-60! Echt? Ja! 3-60! 3-60! Damit kriegt's wie ich die letzten 5 Sekunden mit Silo fahren bin mit aus dem Weg! Und rechts am Pfannhoch! Schauen wir mal! Notfall schreie ich auch! Ja! Ja, das ist ein Burger! Aber du kannst eh einmal drum gehen! Burger, Salat, Fleisch! Salat, Fleisch! Da gibt's da auch eine Schneidbrille oder was? Mhm! Gibt's was Fleisch schneiden und mit innen? Ich glaube Schneider! Salat ist fertig! Ich brauche auch Fleisch ausgeschnitten, bitte! Ich rieche da! Ich muss da nach rechts! Rot, Salat, Tomaten... Ey, was gibt's da? Rot, Salat, Tomaten, Fleisch! Rot, Salat, Tomaten, Fleisch! Der Knot ist halt da! Die hat uns auch mal mit Brot! Nein, ich rieche da! Uuh, leg mich nur! Salat, Salat drauf, Fleisch drauf! Salat steht fertig! Ja, aber geh ich nicht! Stütz mich nicht um! Ich muss den Benz! Wir können nicht um, du bist alleine! Nein! Nein! Steh den Homma da! Das ist ein Salat! Nichts! Ich hab jetzt ein Salat! Fleisch brauche ich noch! Fleisch! Fleisch mache ich gerade! Ich mache Burger und Fleisch! Der Burger steht nicht Burger, Fleisch! Burger und Fleisch als nächstes! Schmutzigstöller, Schmutzigstöller! Wo geh ich hin? Woher hab ich das? Fleisch! Nein! Ich sag's nach oben! Nein! Da links, in der Mitte steht der Schmutzigstöller! Ich brauche Burger und Fleisch! Gebt's mir Fleisch, was ich braten habe! Das ist ein fertiges Fleisch da! Was ist das da? Das ist gerade brauche! Burger, Salat, Fleisch! Ich kann auch braten, Geist! Die macht den Fleisch bei mir! Ich mag sowieso nichts! Ich hab mehr Fleisch! Arnie, du musst auch sagen! Na ruhig so! Ich hab euch vorher gesagt! Burger, Salat, Fleisch! Ich brauche viel mehr Fleisch! Salat sind zwei fertig! Was tust du? Ja, was tust du da? Burger, Fleisch, Tomaten! Geist anwaschen! Schmutzigstöller! Ich brauche viel mehr Fleisch! Fleisch muss permanent rutschen! Sonst geht's nicht mehr raus! Jetzt wett ich vor ein Stück Fleisch! Fleisch ist fertig! Fleisch ist fertig! Fleisch ist fertig! Fleisch mit Burger raus! Ich hab das verkackt! Fleisch mit Burger raus! Rausse! Rausse mit den Burger! Rausse mit den Burger! Geist! Ich muss sowaschen auch! Das ist schon vorbei! Ich muss sowaschen auch! Ihr könnt schon aufnehmen! Nein! Geben wir noch eine Zeit! Ja, um 60 kann man schon einen Stern haben! Das Teller, das schmutzige, oben oben oben! Tomaten drauf! Fleisch drauf! Als nächstes so Burger und Fleisch! Wir haben kein Fleisch! Du brauchst zwei Fleisch an Burger! Du bist ein Scheiß! Du brauchst die Tomaten! Du brauchst das scheiß Fleisch außer drei Mal gleich! Oben, das schmutzige Teller, Geist! Schmutziger Teller! Scheißer Otto! Ich geb dir zu naßen! Wie fokt! Oben, leck, ich hab jeder! Schmutziger Teller! Ich hau's da an! Blech! Fleisch auf dem Burger drauf! Als nächstes! Burger! Fleisch! Ich hab's viel zu wenig Fleisch! Außer mit! Aber mit! Burger! 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 Freitliches Fleisch! Burger! Ja! Ich werde das verschieren! Burger! Ich hab's kaputt! Schmutziges Burger! Schmutziges Burger! Nein, das ist der Hund! Fleisch auf dem Burger, wenn es fertig ist! Fleisch ist fertig auf dem Burger! Ich hab da Fleisch! Burger steht rechts unten im Eck! Und da ist ein Burger! Und da ist ein Fleisch! Hei! Ist das rein ein Fleischburger? Ja, passt ja! Dann machen wir Salat und Tomaten! Nein, die sind da schon geschnitten! Ja, dann geh damit! Geht doch raus! Lass den Salat weg! Ja, genau so! Ihr braucht unbedingt Burger! Ihr vergesst aufs Brot! Ihr braucht das Brot immer! Für den Schnellen aber nix! Da war fertiges Fleisch! Tomaten, Salat, Fleisch! Aus damit! Tomatenfleisch, Brotfleisch! Mach nur mit der Pfarrung! Doch! Seht, Pfarrung! Schau! Ja! Ja! Jetzt musst du machen, dass zwei auf jeder Seite bleiben! Weil wenn die durchwechseln, so... Hell's Kitchen! Die zwei Leulinger sollen sich kommentieren, wie es für einen war! Hans Kitchen! Ja, war lustig! Der Hahn schreit weniger! Und man merkt das recht besser! Weil Schulze nicht durch ist! Ich finde das Spiel cool! Mit vielen Leuten ist das meiner Meinung nach nicht machbar! Er muss halt auch noch immer rauf schauen! Es muss auch noch unbedingt auch sagen! Und das geht sich für die anderen geißernd aus! Weil die halt mit den Arbeiten so beschäftigt sind! Die Bestellungen sind ziemlich verschieden! Es ist durchaus machbar! Man muss sich halt voll bemühen! Es muss alles passen! Es dürfen keine Fehler passieren! Sonst kriegt man keine 3 Sterne! Es kommt aber viel aufs Essen davon! Ja, wir sagen danke ans Team 17, dass wir das so freundlicherweise auch nicht mehr haben dürfen! Ja, ich hab's ja! Ich würde sagen, das spielen wir durch irgendwann einmal! Ich krieg die Rebels raus, wenn's auch voll witzig! Gut! Ich glaub das nächste Mal! Das ist Titan Solst 20 Uhr! Nein, vier, vier! Du musst die fette Bladern auf meiner Zechen! Okay! Bladern auf der Zechen! Nehmen wir auch dazu! Präm, haut! Ich wollt's nur sagen! K пропiele!